So einen wunderschönen guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich. Echt zum guten Morgen, Börse gemeinsam mit XTB. Es ist Mittwoch, der 12. Juli 2023 und wir wollen natürlich einen Blick werfen auf die heute zu veröffentlichen US-Inflationszahlen und einen Gameplan skizzieren. Mein Fokus liegt weiter auf dem Nasdaq 100 in diesem Zusammenhang, weil ich denke schon, süße geverhältnistechnisch ist das am interessantesten. Aber wir werden parallel dazu auch einen Blick werfen müssen auf den S&P 500. Ich habe ein bisschen geschmult in Anführungsstrichen. Normalerweise skizziere ich die Szenarien ausgehend von einem eigenen Gameplan, den ich erstelle. Und dann bin ich jetzt heute früh über einen Tweet gestolpert, der einen solchen Gameplan tatsächlich schon bereits skizziert hat von JP Morgan an der Stelle. Ich bin an der einen oder anderen Stelle ein bisschen skeptisch, ob ich so weit gehen würde, solch ein Potenzial im Falle einer solchen Veröffentlichung so und so zu sehen zu bekommen. Aber summa summarum ist das eine gute, gute Handhabe tatsächlich, um dann auf die Events, die wir hier vor uns stehen sehen, entsprechend vorzubereiten. Ja und dann schauen wir einfach mal, wie der Print reinkommt, ob er wirklich um 3,1% reinkommt, wie erwartet, ob er kälter reinkommt, also vielleicht sogar unter 3%, ob er heißer reinkommt. Und vor allem, wie sich das dann potenziell auf den Markt auswirkt und werden ausgehend davon mögliche Szenarien skizzieren. Unter dem Strich wird uns nichts übrig bleiben, um abzuwarten. So war die Reihenfolge dessen, was ich sagen wollte. Abzuwarten, wie sich dann entsprechend diese News heute Nachmittag darstellt und vor allem, wie dann auch die Reaktion im Markt ist. Denn es kann erstens anders kommen und zweitens, als wir denken, aber wir wollen es dennoch als Herangehensweise aktuell heute mal nutzen, um zumindestens mal hier gut vorbereitet in dieses News-Event zu gehen. Also bevor wir zu Beginn, bevor wir starten wollen, ein Blick auf den Risikohinweis und dann alles weitere. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin gehandelt und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eignet und ob das Risikoprofil mit dem Risikoprofil und den Charakteristika, die FX-CFD-Produkten inne wohnen, auch korrespondiert, sofern man das für sich mit Ja beantwortet. Hat man die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen? Diesbezüglich alle Informationen, vollständiger Risikohinweis, ganz besonders auf xdb.com.de. Nutzt darüber hinaus gerne die Möglichkeit, XTBs Kundensupport zu kontaktieren für weitere Fragen, die ihr haben solltet. Und wichtig, in Bezug jetzt auf das heutige Event, eventuell sogar ganz besonders, Inflationszahlen, ich werde meinen Gameplan hier vorstellen, ich werde meine Sicht auf die Dinge präsentieren, aber es ist rein informativ, rein edukativ, es ist keine Anlageempfehlung. Also das bedeutet, jeden Trade, den ihr ausgehend von diesen Gedanken eingeht, geht ihr bitte in voller Selbstverantwortung ein und managt auch die Trades entsprechend. Wie gesagt, ich kann hier meine Gedanken teilen, ich kann hier Informationen teilen, wie ich die Sicht der Dinge aktuell, wie sie sich darstellt, aber ich bin nicht in der Lage, eine voll umfassende, beziehungsweise grundsätzlich sogar gar keine Anlageempfehlung eben vorzunehmen. Dann ganz kurz zu XTB als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Die Gründe, die dazu geführt haben, findet ihr hier in der Mitte aufgeführt, diesbezüglich auch gerne auf der Webseite für weitere Details nachschauen. Ein Grund, der sicherlich dazu beigetragen haben dürfte, ist die XStation und dieser wollen wir uns jetzt hier an dieser Stelle auch widmen in Bezug auf das Charting. Ich habe hier bereits den Nasdaq 100 auf Tagesbasis einmal aufgemacht und wir können erkennen, dass wir hier weiter an einem potenziellen kurzfristigen Top arbeiten. Ich hätte Montag, ich hätte auch schon eigentlich am Dienstag gestern erwartet, dass da vielleicht mal ein etwas schärferer Puls kommt, beziehungsweise ich will es mal so sagen, ich hätte es mir wirklich gewünscht, dass wir einen solchen zu sehen bekommen. Ich hatte zwei, drei Short-Versuche gestartet gehabt, schon am Montag, die sind alle break-even rausgegangen, kein weiteres Momentum, sehr, sehr choppige Price-Action. Das schrieb sich gestern fort, aber wir haben eben heute um 14.30 Uhr einen potenziellen Impulsgebung. Man kann hier bereits erkennen, wenn wir gleich in die unteren Zeitebenen reingehen, ich habe da ein kleines Rechteck, welches eine potenzielle Region ist, an der wir uns orientieren sollten. Auf der Unterseite ganz besonders sollten die Zahlen, wie gesagt, wie von mir erwartet, jedenfalls veröffentlicht werden. Wir haben innerhalb der XStation die Möglichkeit, hier oben über den Kalender-Tab uns anzuschauen, welche News-Events heute anstehen. Ich habe das auch entsprechend schon für mich gefiltert, also mit den wichtigen News-Events, in dem Fall aus den USA und wir haben da unten den Verbraucherpreisindex. Und wir gucken uns nicht die Month-on-Month-Perspektive an, also M-M, sondern wir gucken uns die Jahreszahlen an, die heute erwartet werden mit 3,1%. Und somit nicht nur deutlich unterhalb des Vormonats von 4%, sondern auch deutlich unterhalb dessen, was wir vor einem Jahr an dieser Stelle hier präsentiert bekommen haben. Vor einem Jahr, ich will da mal ganz kurz, das ist gleich das Szenarientableau von JP Morgan, auf das wir eingehen wollen. Ich will da einmal ganz kurz aber auf Trading Economics eingehen, um die historische Entwicklung der Inflation einmal einzufangen, wo wir jetzt aktuell stehen. 9,1% sind es vor einem Jahr gewesen, für den Monat Juni, veröffentlicht im Juli. Und seitdem haben wir 12 Monate in Folge eine abnehmende Inflation hier sich herauskristallisieren gesehen. Konnte man das erwarten? Ich denke, die Antwort darauf wäre meinerseits ein ganz konkretes Ja, konnte man erwarten. Wenn man sich die Paid Prices zum Beispiel in den ISM-Einkaufsmanager-Indizes angeschaut hat, wagt es auf jeden Fall. Die Inflation hat sich mittlerweile deutlich abgekühlt, kühlt sich weiter deutlich ab und macht natürlich ausgehend hiervon, wirft die Frage auf, ist es nötig, dass die FED sich gelbpolitisch noch weiter restriktiv präsentiert. Jetzt sind wir im Vormonat, meiner Einschätzung nach schon sehr, sehr überraschend. Vor Vormonat war hier für den Monat April, Mai veröffentlicht 4,9%. Dann habe ich die Erwartungshaltung gesehen mit 4,1% und dachte mir, das ist aber schon arg abgekühlt. Jetzt kann man sich ungefähr vorstellen, wo ich heute stehe. Ich denke auch hier 3,1%, das ist wirklich fast eine deflationäre Entwicklung. Also das ist eine richtige deflationäre Spirale, in der wir uns hier wiederzufinden scheinen. Hauptsächlich natürlich getragen durch den Rückgang in den Rohstoffpreisen logischerweise. Wobei abzuwarten bleibt vielleicht oder beziehungsweise auch ein Blick lohnt auf die Kerninflation. Die wird nämlich heute weiter erwartet mit 5%. Das bedeutet, jegliche Verbraucherpreise, die volatile Güter wie Kraftstoff oder beispielsweise Lebensmittel rausrechnen, die liegt weiterhin im Bereich um das aktuelle Leitzinsniveau und eventuell ist das auch der Grund, weswegen man seitens der FED geldpolitisch weiter einen restriktiven Kurs erwartet. Oder vielleicht weitere Zinsschritte erwartet und das war auch die Basis dessen, was wir vor 4 Wochen zu sehen oder beziehungsweise zu hören bekommen haben, zu lesen bekommen haben in den Economic Projections. Sei es drum. Also 3,1% ist die Erwartung. In welche Richtung geht meine Tendenz? Ich denke, wir werden eine weitere Abkühlung zu sehen bekommen. Ja, im Vergleich zum Vormonat. Aber ich denke, wir werden eher bei 3,2, 3,3% eventuell veröffentlicht sein. Und das auch deswegen, weil ich da natürlich so ein bisschen als Trader logischerweise sehen möchte, dass eine Überraschung stattfindet von in dem Fall 20 Basispunkten nach oben oder auch von mir aus nach unten. Meine Tendenz geht eher, dass die Überraschung nach oben stattfindet. Und dass genau diese 20 Basispunkte dann in der Lage sind, überraschend daherzukommen und Volatilität zu begünstigen. So, und in dem Fall bedeutet das, jegliche Veröffentlichung von 3,3% wäre heißer als erwartet und würde, ausgehend von dieser übergeordneten Struktur hier im Nasdaq an der Stelle, würde eine Top-Bildung weiter voranschreiten lassen. Denn eine heißer als erwartete Veröffentlichung würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die US-Notenbank den Leitzins dann doch nochmal um 25 Basispunkte mal 2 anhebt. Also nicht nur Ende Juli, jetzt in zwei Wochen, sondern um 25 Basispunkte, sondern auch dann nochmal im September, beziehungsweise vielleicht auch im Dezember. Und es nur noch einen Pausierungsschritt gibt im übertragenen Sinne. Was natürlich eher bearisch für Activities wäre und dann bearisch auf den Weg bringen dürfte. Schlüsselregion auf der Unterseite sehe ich im Bereich um die jetzt jüngst ausgebildeten Tiefs. Also ich hatte hier zwei Short-Versuche eingestreut gehabt, die leider keinen Break tiefer auf den Weg gebracht gesehen haben, jeweils Break-Even ausgestoppt worden sind. Und es war auch dann ein relativ klares Signal seitens des Marktes, dass wir noch nicht reif sind für einen schärferen Push tiefer. Wir haben auch gestern einen kurzen Flash nochmal zu sehen bekommen, ein bisschen gefilte um 15.100. Auch die Region konnte gehalten werden. Aber das dürfte wohl die Schlüsselregion auf der Unterseite sein, deren Unterschreiten und dann halten darunter auch weitere Abschläge denkbar werden ließe. Ich würde mal sagen, als erstes anzuwiesendes Kursziel, dann die Region um 15.000 Punkte, Pi mal Daumen. Ein Bruch tiefer machte sogar übergeordnet einen Test dieser übergeordneten Trendlinie. Sehr, sehr wahrscheinlich. Natürlich verlaufend, würde ich mal sagen, roundabout im Bereich um eventuell 14.800 Punkte, 14.900 Punkte vielleicht ein bisschen höher. Also im Bereich hier dieser Korrektur-Tiefs in der letzten Juni-Woche folgend auf die FET-Sitzung, die wir Mitte Juni zu sehen bekommen haben. Also das bedeutet, Tendenz geht eher zu einem Print höher als erwartet. Wie gerade eben hier man das schon sehen hat können, das ist eine Grafik, die habe ich bei Twitter heute früh gefunden. Im Tweet von TheShortBear, so heißt derjenige welche. Also wer ihm folgen möchte, sei definitiv empfohlen im Bereich Equities. Normalerweise baue ich mir solche Tableaus selbst, aber ich war jetzt sehr, sehr froh, dass ich die Arbeit dann erspart gesehen habe. Was die hier machen von JP Morgan, ist einfach, dass die sagen, June CPI Reading, die sagen, das ist hier die Veröffentlichung, die wir erwarten könnten, die wir uns vorstellen könnten. 3,7% oder höher, 3,3 bis 3,6, 3 bis 3,2, 2,8 bis 2,9 oder 2,7 und tiefer. Und dann, was der S&P darauf machen könnte. Unser Handelswiegel, mein Handelswiegel ist in dem Fall der Nasdaq 100, aber die Price Action, die wird sich sehr, sehr ähnlich darstellen, logischerweise. Und dann sagen die, okay, heiße Inflation, sagen wir mal 3,3% oder 3,4 oder 3,5%. Dann geht JP Morgan davon aus, dass wir eine Reaktion 1% bis 1,25% tiefer sehen. Und die schreiben dem auch eine entsprechende Wahrscheinlichkeit zu, ausgehend von ihren Modellen. Und deklinieren das einfach entsprechend durch. Und ich würde sagen, das können wir auch, oder das würde ich auch entsprechend so teilen, das würde ich so unterschreiben. 3,3% wäre auch meine Erwartung, dass wir dafür eröffentlicht werden. Und ich gehe dann auch davon aus, dass wir eine bärische Reaktion zu sehen bekommen. Was interessant würde, wäre natürlich, wenn wir nach einem kurzen Flush auf der Unterseite plötzlich aber wieder Käufer reinkommen sehen. Also ich gehe da zwar davon aus, dass wir short gingen, aber es wäre nicht gesagt, dass wir wirklich short gingen, sondern es könnte sein, dass wir hier in diese Support-Region vielleicht kurz mal rein spiken und dass wir dann dort Käufer reinkommen sehen. Und dann wäre natürlich die Frage, wie verhalten wir uns an dieser Stelle. Ich wäre erstmal neutral, long erst mit dem Überwinden der Hochs auf diese Inflationszahlen und short wäre eine Option nach einem kurzen Spike, Bounce und dann er wollte es überrollen und brechen dieser Tiefs, auf diese Extremtiefs, auf die Inflationszahlen, wäre dann short für einen Play auf der Unterseite. Wobei ich vor dem Hintergrund der aktuell sehr, sehr niedrigen Volatilität tendenziell eher möglichst meine Verweildauer im Markt kurz halten möchte. Also das heißt, kurze Momentum-Drives auf der Unterseite, eventuell, wie gesagt, übergeordnetes Ziel im Falle des Nasdaq Futures 14.900, vielleicht 14.800 Punkte, wenn der Markt uns ein bisschen wohlgesonder ist bei Short Plays. Sollten wir allerdings anders als erwartet meinerseits einen Bruch höher zu sehen bekommen, auf einen eigentlich heißen Inflationsprint neue Jahreshochs markieren, dann würde ich sagen, dass das ein ultra starkes Signal und es wäre nicht auszuschließen, dass wir uns sogar in den kommenden Wochen, in einem ruhig bleibenden Sommer, das jetzt natürlich ist voraus, dass es auch geopolitisch ruhig bleibt unter dergleichen, dass es vielleicht sogar einen Stint zurückgibt in Richtung der Allzeithochst, ein bisschen gefällt um 16.500. Soweit sind wir noch nicht. Meine Tendenz geht erstmal in Richtung Flush-Szenario-Short, leicht heißer als erwarteter Print und dann gucken wir einfach mal, wie die Zahlen veröffentlicht werden. So, das war es meinerseits gewesen. Happy Trading. Passt auf die Stops auf. Morgen hören wir uns hier an dieser Stelle wieder. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.